moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren düsteren folge von outlast 24 für die nintendo switch auf meinem kanal sollte euch das alles mal gefallen hier und jetzt gerne schaut lasst mir doch gerne ab oder oder einen daumen hoch oder eine verbesserungsvorschlag so wir gehen mal hier ein bisschen rum schauen was sie dafür also wir haben immer den knopf sind wir jetzt schon mal begegnet wie der andere leute gefoltert das haben wir gesehen jetzt gucken wir mal ob wir unsere gute und immer wieder finden das spieler daheim er hat uns ja schon mal umgebringen wollen liebe jenen längst wir gehen lieber hier längst ich lese die ganzen passagen von dieser noten nicht so vor weil das nicht wirklich nicht allzu spannend würde noch hier ja der heutzutage und typisch und herum durch die gegend dann werden wir mal gucken ob wir den finden schon hier draußen mal rumhängen ok er ist auf der anderen seite dann gehen wir hier wieder raus wo wir hinkommen können ich weiß auch nicht was wir hier machen sollen das werden wir schon noch was ist aber auch ein bisschen eklig hier alles dann müsst ihr euch mal vorstellen die landet wirklich in so einer ecke ich meine es gibt bestimmt so ein paar dörfer die sonne eine der klatsche haben wir in den haken okay das ist nicht so einfach denn der haken wird ja wahrscheinlich irgendwo der haken daran ist so wahrscheinlich diesen haken zu finden weil diese andere viel bestimmt hier reinkommt denn der haken der haken liegt bestimmt draußen irgendwo na gut suchen wir draußen nochmal in der nähe läuft er gerade nicht hier rum so ne der haken ist ja auch nicht ich so wir müssen vielleicht an den typen da vorbei irgendwie der haken schnitt da hinten in der ecke also hinten liegt wo er ist ist wie sie mir das gut vorstellen ich frage ob man sie hinten vorbeischleichen kann ich rede ich ja auch gerade nicht wirklich Und kurz hier, ob hier ein Haken ist irgendwo noch? Glaub nicht. Oh Gott, oh Gott, dieser Typ mit dem Kreuze-Axt kommt und mir ja den Schädel zertrümmert. Er wird ja bestimmt hier irgendwo auftauchen, sonst wäre das ja alles zu einfach. Okay, da geht es auch noch irgendwo hin. Alle Tiere sind hier aufgeschlitzt worden, was ja auch ein bisschen widerlich ist. Was es denen bringt, frage ich mich, was immer die ganzen Tiere umbringt. Okay, hier kommt man auch nicht durch, hier ist ein Schloss vor. Ah, das ist richtig. Hier finden wir gar nicht den Haken, weil ja die Tiere hier dran aufgehangen werden. Da ist der Haken, da oben. Oh, wie kriegen wir den? Okay, den Haken haben wir, was ja eigentlich ganz cool ist. Aber ich glaube, wir werden hier nicht so richtig lebend rauskommen. Okay, jetzt ist alles zu da. Ein bisschen uncool, da kommen wir jetzt nicht raus mehr, oder? Ich denke, da muss jetzt ja rausgehen. Dann müssen wir da raus. Springen wir da runter irgendwie in die Suppe rein? Oh, oh. Wo? Wo denkst du denn, ey? Da ist er. Da ist er. Okay. Einen anderen Weg finden. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Hier sind wir ja durchgegangen. Da gibt es einen anderen Weg noch, da geht es gar nicht, ne? Wir müssen ja leider durch. Scheiße! Man kann auch nicht sagen. Schau Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, oh Gott. Ihr könnt mich nicht mehr fahren. Das ist das MIND, wo die Heretiken sind. Das ist, wo sie sie haben. Was machen sie mit ihr? Ich bin so schmerzig. Okay, jetzt nähern wir uns langsam der Miene. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Klar, die Miene sieht total einladend aus. Da will ich gerne rein. Ich komme da gar nicht so rein. So komme ich rein. Äh? Warte, warte. Das war bevor ich sie hängen gefunden habe. Wache, wache. Ich bin noch hier. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss man nachladen. Hier wird nicht wirklich viel. Achso. Man weiß auch nicht genau, was es mit der Schule so richtig aufsieht. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich bin mir zu blöd wahrscheinlich. Ja, was soll denn da stehen? Okay. Ähm. Was soll ich legen? Ähm. Was soll ich legen? ich gehe wahrscheinlich nicht einfach so rum gucken wir mal, ob wir eine Folie finden hier rausgehen war schon wieder so eine Figur wir sehen, es lief doch irgendwas längs was ist das denn? oh Gott, oh Gott, oh Gott na? ja, viel sehe ich hier gerade nicht und kurz hier rein hier mal zu, ne? ist die Folie vielleicht wirklich im ersten Raum drin? liegt die hier irgendwo? ich bin die einfach übersehen gerade eben ich kann mir das nicht vorstellen irgendwas übersehen wovon immense Wichtigkeit ist wir versuchen nochmal die anderen Türen zu testen die hier sind blockiert die Tür hier leider schwarz licht anlassen, weil sonst sehe ich hier gar nichts ich glaube, ich habe nicht mehr viele Batterien ich glaube, es ist mit die letzte fast, ne? ich weiß es gar nicht geht's zu oh man, man, man das ist natürlich blöd muss nachladen da liegt die Folie, glaube ich wie ist das denn? die ist klein, aber ich habe Fall verlintert ich bin ganz viel okay, ganz viel und ich bin auch in Unforgivable wird es sein, aber wir müssen natürlich jetzt mal wieder zurück. Eika. Psycho alles, ne? Noch eigentlich mehr, ne? Ja, ne? Da rüber geschoben werden irgendwie. Gibt es hier irgendwo einen Schalter, da man drücken muss, wenn man es rüber zoomt. Ach so, warte. Ja. 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 Warte. Ja. 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 Ah jetzt? Unforgivable. Ja. Wann ich schon gesagt. Sounds about right. Und du? Ja, das hab ich jetzt auch nicht so viel gebracht. Was muss ich jetzt machen? Okay, jetzt haben wir Unforgivable, das ist natürlich schön, dass das steht, aber was bringt es uns? Wollen wir jetzt hier durch, Engel? Auch nicht. Engel soll doch weiterkommen. Ich verstehe jetzt nicht, ups. Okay, wir müssen auch eine eigene Tür übersehen haben. Wir haben doch keine Tür übersehen. Wir haben doch eine eigene Tür übersehen. Lieber blockiert. Wollen wir mal rein. Auch blockiert. Ich bin hier mit einer Batterie, das wäre auch geil. Keine Batterien, ja. Scheiße. Okay, das ist natürlich total scheiße. Ah, toll. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt machen soll. Also ich habe jetzt... Unforgivable, okay. Unverzeihlich, aber was bringt mir das? Wollen wir jetzt hier wegschieben? Also hinterher eine Tür ist oder so, ne? Wo ich so durchscheine. Aber ist wahrscheinlich nur... Put. Äh? Okay, was hat das Ganze auf sich? Ah, hier kann ich raus. Es speichert. Wollen wir mal noch die letzte Batterie nutzen dafür. Wollen wir mal noch die letzte Batterie nutzen dafür. Exit. Exit. Mach' ich raus. Ach. Ach. Hochschar. Ach. 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 Ich bin beschlossen, okay, war klar. Du hast gleich gewesen, wenn die offen gewesen wäre. Oh, ich kann nichts mehr sehen, jetzt habe ich nur so einen... Hier ist eine Tür, aber ich trete die ja nicht auf. Mehr Türen gibt es hier nicht, oder? Verstecken, 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 Verstecken Schon mal schlecht. Ich kann mal nachladen. Würde ich nicht benutzen. Okay, also ich bin hier drin. Kann ich jetzt nur Batterien geben? Da hoch komme ich nicht, ne? Gehen wir weiter. Hier steht 2 exit, aber da komme ich nicht raus. Also muss ja noch irgendwas getan werden hier, bloß was? Die Frage. Was muss ich mit dem Raum hier zu tun haben? Hm, aber was? Hm, aber was? Mein Tisch hier zu erschienen, der Schrank hier? Nee. Das ist ja schräg. Lassen. Ja, liebe Leute, ich glaube wir stoppen einfach mal hier, denn ich weiß nicht was wir tun sollen, bevor ich hier sinnlos 15 Stunden lang rumrenne. Stoppen wir das hier und schauen uns an, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.